Uuuuh, pick up, lecker. War das schon die blaue Verpackung? Oder war das noch die andere? Ja, das war die blaue Verpackung. Wir haben ein Outlet bei uns in der Nähe. Uuuuh, die sieht schön aus. Die sieht schön aus. Die sind jetzt neu aus. Na, die Pille. Nein, Spaß. Hä? Ja, genau die. Ich habe übrigens auf dieser Karte noch nie herausgefunden, was man an diesem Tisch hier macht. In einem Zimmer gibt es irgendwie so einen Pokertisch oder so. Ich glaube, wir sollten sogar genug sein. Ich glaube, man braucht acht, oder? Warte mal. Hä? Da sind doch acht, Leute. Es gibt hier einen Raum, da ist irgendwie so ein Pokertisch. Da kann man sich irgendwie dransetzen. Warte mal. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, der war hier irgendwo. Ihr spielt kein Casino. Alter, 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 Alter. Ich spiele Casino. Ich habe ihn gefunden. Ich bin auch da, hier. Boah, hier ist ganz viel Geld. Guck mal, da rum. Das ist Russisch Roulette, glaube ich, Leute. Super reich. Ne, wir sind hier, glaube ich, falsch. Wo ist Russisch Roulette? Wo ist Russisch Roulette? Ich glaube, das müssen wir im Laufe der Map einmal mal machen, bitte, Leute. Ich weiß nicht, was man machen kann. Ja, dann sag doch, wo wir hin müssen. Ja, hier ist irgendein Raum hier. Ich kann das nicht beschreiben, das ist ein Hotelzimmer. Money, Money, Money. Aber ich weiß nicht, wie man hier was mitgenommen hat. Ah, hier ist der Tisch, hier ist der Tisch, glaube ich. Pokertisch da? Ne, das ist nicht unten in der Halle. Das ist nicht unten in der Halle. Aber wir wären noch oben. Sie wünschen? Daru, komm zurück. Willst du mein Gold haben? Komm mal zurück. Oh, hier ist Geld. Wir wollten doch zum Pokertisch, Nina. Ich will dir einen ausschenken. Hier, ich bezahle. Danke. Ich weiß nicht, was man machen muss, Alter. Wir haben Tequila. Okay, ich glaube, die Leute wollen nicht spielen. Scheiß auf sie. Ich such's halt noch, ne? Ja, wir suchen. Ja, wir haben ja noch ein paar Runden Zeit, alles gut. Nina hat erstmal Bock auf Alkohol ausschenken. Ja, natürlich. Erstmal muss man hier die Laune ein bisschen anheben. Wo seid ihr denn? Oben oder unten? Oben ist das. Oh, hier, Nina. Nein, nicht so rum. Sorry. Das hab ich an meinem Kreis gedreht. Ah, hier geht's noch weiter. Wo? Daru, komm mal zurück. Willst du mich verarschen? Ja, komm zurück. Ich hab Curry gefunden. Aha, das heißt, hier muss irgendwo der Raum sein. Ja, hier ist der Raum. Ich hab Kaiser und Hina gefunden, glaube ich. Ja, dann folg uns mal. Wir folgen Curry. Wo ist jetzt Curry? Ich hab Streuner und Flashy bei irgendwelchen Sexspielen gefunden. Was? Ich hab die Marika in seinem Kopf. Das können ja keine Sexspiele. Jetzt! Oh nein! Da wollte jemand nicht mitspielen. Aha. Hallo, ich bin hier. Äh, es ist sehr... Hä? Streuner, komm her, Junge. Rett nicht weg. Du willst es auch. Sehr super. Okay, der darf nicht. Aber jetzt können wir nicht mehr spielen, oder? Ich weiß es nicht. Also... Aber ich kann hier schon mal den Raum suchen. Wie gesagt, erster Stock. Und dann steht man irgendwie hier und dann leuchtet der Kopf grün und dann... Ah. Aber ich weiß nicht, was Attack Key bedeutet. Was bedeutet der Attack Key, Alter? Bonk. Vielleicht muss es der Traitor machen. Vor allen Dingen ist das, glaube ich, ein Traitor-Tester, ne? Ich bin zwar tot, aber ihr habt grüne Leuchten jetzt über dem Kopf. Bonk. Bonk. Ich glaube, das heißt nur, dass wir mitspielen. Aber... Bonk. Bonk. Wie kann man das denn machen? Auf die Stühle springen scheinbar. Ich glaube, auf die Stühle, ja. Ich spiele. Hier steht Press the Attack Key to roll your dice. Ja, ihr müsst auf die Stühle springen, dann kriegt ihr alle grüne Leuchten. What the fuck are you? Ich auch? Ja, aber jetzt fehlt halt einer. Ich bin halt tot. Sehr gut. Nein, da ist noch jemand. Darum, komm rauf hier. Wo bist du? Ich sehe doch nicht, dass das acht Leute sein müssen, oder? Nö. Warte mal. To roll your dice? Wie bewegt ihr das denn? Mit dem Stick? Mit dem Stick? Aber ich weiß nicht, wie man rollt, Alter. Ist das vielleicht einfach eine Quaggie? So nicht. Ich habe keine Ahnung. Also entweder wir sind zu doof, oder das geht ja wirklich nicht. Äh, ich hau lieber ab. Ja, ist so. Vielleicht probieren wir das gleich nochmal. Wenn der Kaiser überlebt. Ja. So. Vielleicht machen wir es so. Hier liegt ein Säbel. Oder dann mach jeder. So, die Proximity Mainz geht übrigens auch durch Wände. Huch. Oh, cool. Hä, bist du nicht tot? Alter, das Klavierspiel ist ja richtig schön. Wow, das ist ja Kunst. Hat jemand Kaiser wiederbelebt? Der Hüseldorfer, Alter. Das kennt man. Boah. Hüseldorfer Klavier. Beethoven. Flügel. 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 Richtig schön. Das ist richtig schön. Das ist so toll, hier gerade zu sein. Alle meine... Okay, Hina, du machst es gerade kaputt. Ja. War gerade für einen Moment so schön. Ne, Kaiser bleibt liegen. Ne, Kaiser bleibt liegen. Da äh, Akmala. Kaiser bleibt liegen, Akmala. Fuck. Beim nächsten Mal vielleicht zumindest einmal umdrehen. Guck. Oh, du hast dich übrigens nicht gemutet gehabt, Kaiser. Ne, ich glaub das war auch... Ich glaub das war auch... Das lag daran, dass er wiederbelebt wurde. Oh. Ich hab doch gefragt, ob er wiederbelebt wurde. Ja gut. Ja gut. Ich war ja noch nicht wieder... Gute Nacht allein, ich schlafe ein Ding. Die Proximity meist gehen hart durch die Wände. Ich glaub ich hab die immer noch nicht verstanden, die Dinger, Alter. Da hoch. Hä, die kannst du einfach mit Rechtsklick irgendwo dran packen. Ja, die, ne? Ach so. Ich entmog mich. Meinten sie, die sind meine Gesangskünste nicht schön. Die waren doch grausam. Die waren doch grausam. Ich wollte gerade wieder auferstehen. Ohnack, Mama. Wir wollen jetzt das mal direkt in den... Wow. Aber was machen wir denn da? Da, 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 da! Muss der Tisch wirklich voll sein? Okay, vielleicht geht's halt wirklich nur, wenn der Tisch voll ist. Das kann ja wirklich sein. Komm. Wir probieren's mal aus. Wir gehen mal hier hoch. Keiner killt irgendwen, okay? Einmal kommt den aus. Folgen Sie mir! Ich muss ihn natürlich... Hast du mir gerade wirklich... Du... Folgen Sie mir! Folgen Sie mir! Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren! Respektiere das Alter, auch wenn ich jünger bin. Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren! Ich respektiere den Tropfen! Tulululü, du Wix. Das mache ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Was denn? Den Tropfen respektieren. Ach so. Hallo, die Damen, hallo, die Herren. Ich bin Trader. Oh mein Gott! Okay, ich leuchte, was muss ich tun? Okay, warum sind wir nur zu viert? Ah, ey! Guten Tag. Okay, wie steuer ich das Ding? Mit dem... Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit dem Magnetostick. Ich weiß es nicht. Ich... Also hier steht Press Attack. Oh! Noi! Was ist denn jetzt passiert? Hä? Hä? Warum? Warum? Ich bin der rote Spieler. Warte mal. Attack Key. Das ist russisches Roulette. Das ist nicht so gut. Das ist toll! Der kleinste Wurf stirbt! Was müssen Sie machen? Der kleinste Wurf stirbt! Jetzt müsst ihr ja äh 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 holztern. Holztern? Ah, ich hab geholztert. Ah! Ich hab... Ich weiß nicht... Ich mach gar nichts. Ich hab ne 5. Wie... Was... Wie... Wie würfelt man denn? Oh! Achso, einmal leer... Wow! 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 Das ist das beste Roulette-Spiel der Welt. Warte mal, hier steht doch... Leute, lest doch. Keen und Rolledine. You have an 80% chance to survive per roll. Move your player piece based on your roll number. Hä? Move your player? Piece? Space? Ah, lol. Okay, ja, ja. Okay, alles klar. Ich hab verstanden. Die komischen was? Ja, ja. Hier, diese Dinger. Diese Dinger da. Die kann man selber rummoven. Alles klar. Gut, machen wir nie wieder. Ist Müll. Ja, ist Müll. Fläschi, das wär die beste Runde für uns gewünscht. Das wär so die beste Runde gewesen. Wir hätten die alle nachts gemacht, Alter. Ich hab schon gedacht, wir haben die alle nacheinander, Alter. Fünf von sechs Probanden bestätigen, dass russisches Roulette vollkommen ungefährlich ist. Ja, das ist gut. Wow. Gute Quote. Gut, gut, gut. Lisa soll mal aufhören, ihre Katzen zu verfolgen. Ich find's eigentlich nur fair, wenn Fläschi und ich nochmal Trader wären jetzt eigentlich. Ja, das wäre eigentlich fair. Ich auch. Die Proximity-Mal war gemein. Schade. Gemein. 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 Guten Tag. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Kaiser. Dass wir den erstmal wegsnappen. Oh, scheiße. Wir sind grad nicht im Tradershop. Tradershop. Oh, fuck, Alter. Im Tradershop. Oh, Digga, wir waren nicht gemütet. Wir waren echt nicht gemütet, Alter. Wir waren echt nicht gemütet, Alter. Ja. Ja. Möchte ich übrigens mal betonen, wie schön das ist, dass ich mit euch in diesem Hotel hier sein darf. Es ist wunderschön. Alles klar, Dago ist besoffener Nebba. Oh, ich kann keine Munition überhaupt. Die musst du finden. Hallo wieder. Hallo wieder. Mag Mama. Mag Mama. Mag Mama. Aber ich hab keine Munition. Ne, Roulette. Was? Oha. Hier ist einfach eine Waffe auf dem Scheißhaus. Achso. Okay. Prost. Elsa, kommst du gerade? Bitte? Nee, der Kippschnitt macht wieder Baggeli. Das war ein Leck. Warum hast du die kaputt gemacht? Tötest du mich jetzt? Einer ist die groß, ey. Ja, die Map ist echt groß. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den. Wow. Willst du die haben? Nein. Störe ich? Der hat sogar ein Auto. Da. Guck mal, jetzt bin ich wirklich die Map. Weißt du die Frauentoilette? Was ist denn da hinten? Wird auf der Frauentoilette immer gesungen? Oh, da wird geschossen. Irgendjemand hat weggeschallert. Ich bin gerade auf der Frauentoilette. Hier ist noch Pumka, Muni. Aber Mel ist doch... Achso. Irgendjemand hat hier gerade eine fette Pumka abgehauen. Abgehauen. Abgesnallt. Das war... Hier ist da rum. Achso. Da sind meine Schütze. Mel ist doch mehr, komm. Warum schießt du? Why not? Mein Alkohol mein Leben zerstörte. Was? Oh Gott, es tut mir so leid, Daro. Müsst du gleich nicht mehr sehen, Daro. Oh, danke, Flasi. Dafür willst du mein rotes Loch sehen? Was? Was? Der redet seit Pokémon die ganze Zeit von Löchern und dunklen Höhlen. Ich weiß es nicht, ey. Wow. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir heute auf einer anderen Plattform unterwegs sind. Ja, ich hab nie aufgemärkt. Wenn Twitch down ist, dann müssen wir halt... Wenn Twitch down ist, dann müssen wir halt was anderes... Ey, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Jetzt... Jetzt immer ich im Arsch. Das rote Loch. Bleiben wir mal hier. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was? Manchmal... Curry, bleib du so stehen, ich bleib so stehen. Darum kommt ihr nie wieder raus. Darum kommt ihr nie wieder raus. Aber wenn der Traitor ist, dann kommt ihr uns beide weg. Ja, diesen Snuggle hätt ich jetzt so kennen. Ja, aber egal. Also... Der wird uns nie finden. Okay. Flashy. Flashy, wenn der Traitor reinkommt. Wenn hier jemand reinkommt. Wir sind in einer roten Höhle. Wenn hier jemand reinkommt, werden wir euch abkillen, Junge. Okay, ich geh wieder. Hey, Zwerge, hey, Zwerge. Hey, Zwerge, hey, Zwerge. Oh, hey. China ist... China ist... Wie kann es sein, dass China tot ist? Was zum Teufel machen die da? Die sind da drinnen. Hinter dir ist Streuder. Mal da rennt sie nicht. Warte mal, stopp, stopp. Ruhe. Streuder ist es. Streuder kontrolliert mich. Du schießt gerade in die Decke. Bleibt es hier drinnen. Das ist unsere sichere Höhle. Ja, Streuder ist es aber. Bis er seinen Train auspackt, ne? Ah, scheiß drauf, scheiß drauf. Wir haben... Oh. Streuder ist safe. Flashy, pass auf. Du bist die Wache. Hä? Kaiser? Ja. Kaiser ist tot. Ich glaube, das war ein Boomerang. Kann das sein? Streuner! Ja. 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 Ich hab Gullesch für dich. Ich komme. Psch, psch, psch. Flashy, pass auf. Ich hab gehört, der Zug soll gut sein, ne? Nein, nein, nein. Und in Kombination mit Radar gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenn der Zug kommt, dann musst du stürmen, Flashy. Du musst stürmen, du musst uns opfern. Nee, nicht uns opfern. Curry, Curry, geh du mal da hinten. Es ist doch weiterhin. Okay, wir machen russisch Twitter-Roulette. Okay, pass auf. Boah, Fuchs. Lass doch, Fuchs. Hey, ich kann hier nicht sprayen. Psch, psch, psch. Psch, er kann uns nicht hören. Wir sind hier abgeschallert in einem Mini-Bildergang. Oh mein Gott. Flashy? Lebt. Ich lebe noch, keine Sorge. Ich lege, ich lebe. Flashy, pass auf, Flashy. Ich lege, Mann. Ich hab CSGO gespielt, ich kann das. Lass mich. Pass auf. Wow! Ist er da? Hast du ihn gesehen? Ah! 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 Das sind Aliens! Oh mein Gott, das sind Affen. Sind da Schildgrün? Er hat uns die Ninja-Turtles auf dem Hals gelegt. Das wäre, dass er keinen Zug hier reinhaut. Aber das wird er gleich machen, wenn er nicht weiter weiß. Wir müssen schnell handeln. Boah! Schildgrün! Oh mein Gott! Ich hab eine getötet, glaub ich. Flashy, lass mich noch vorbei. Die Ninja-Turtles wollen zu ihrem Zuhause zurück. Flashy, pass auf, Alter! Pass auf, Alter! Er geht an die Front! Flashy, du darfst nicht fallen, Junge! Nein! Er hat Second Chance. Nein! Er hat Second Chance. Er hat Second Chance. Lass mich hier raus! Ich hab Klaus-Dophobie! Klaus ist hier auch drin! Oder er hat Dings wiederbelebt. Das kann natürlich auch sein. So, das kann sein. Warte mal! Flashy, bleib bei uns! Bleib doch bei uns! Bleib doch hier! Okay, das ist unser neues Heim! Da, komm hier rein! Boah! Hier sind wir sicher! Ja, aber die, die jetzt noch lebt, die zögert nicht mit dem Zug. Ja, egal. Kein Problem, wir machen das. Ich übernehme die Wache. Ich bin hier, ich bin hier. Brauchgranate, brauchgranate, ja. Pst! 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 Kannst nicht alle wegsnipe mit dem Zug, das geht nicht! Lina! Irgendwie macht mir Daro Angst, die noch Daro ist es. Lina, kannst du nicht nochmal singen vielleicht? Ne, Mann, Alter, ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Also, wir sind hier in einem großen Raum, da ist so eine Savetür davor. Oh nein, jetzt weiß sie wo, sie war vorhin hier. Nein, nein, weiß sie nicht, sie weiß nicht. Sie war vorhin hier. Mit mir war sie vorhin hier. Mit mir war sie vorhin hier. Der Safe gehört Cristiano Ronaldo. Unten! Ich seh dein fairer Geist, unten! Oh ja, jetzt zu deiner Rechte! Okay, jetzt zu deiner Rechte! Was faul halten, Alter! Geradeaus zu! Ah! Sie ist da, die Drecksau! Knallt die weg! Ah, ich bin auch hier! Ah! Jaaa! Niemand greift unser Zuhause an! Mann, ey! Das ist doch kacke mit anderen! Wo soll man denn nicht auf den Thomas zurückgreifen? Doch, mach! Ey, sie machen müssen einfach! 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 Scheiß auf alles, Junge! Scheiß auf alles, Junge! Ich hab gedacht, die Turtles da drin wären vielleicht lustig. Junge, die waren geil! Ich hab auch noch Turtles gelegt! Die hat einfach... Ja, aber oben! Ja! Vielleicht kommt er noch irgendwann! Mit meinem Leben geschützt, Alter! Mit meinem Leben hab ich geschützt! 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 Also, du hast richtig gut gespielt, diese Runde! Ja, Flashy! Also, du bist auch echt rausgestochen, diese Runde gerade! Wer ist eigentlich dieser Flashy? Das war Flashy! Das war Flashy! Das war Flussi! Ich sag Flashy, Junge! Jeder darf seinen eigenen Namen haben! Ich hab Flashy gesagt! Okay, dann sag ich jetzt! Ja! Arschluck! Jetzt! Achso! Für mich ist... Curry, du bist dann ab sofort für mich das Mockermäuschen! Okay! Mockermäuschen! Du bist für mich ab sofort Stiflers Marm! Oha! Ich bin doch schon Hidas Marm! Warte, 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 warte! Du bist meine Marm? Ja, hab ich auch gesehen! Okay, scheiße! Ja! Stimmt! Er hat einfach selbst es auch genommen! Nicht das Marm hat ihn verwirrt, sondern das Stiflers Ding, Alter! Also, Flashys Marm hat gedacht, ich bin Hidas Marm! Also wirklich! Nein! Okay! Kaiser, du hast den Scepter! Lass es einfach! Kaiser, du hast den Scepter! Du hast den Scepter, Kaiser! Ja, wenn rote Höhlen gehen, wird erschossen! Äh, wieso? Das sind doch schöne Zurückzugsorten, Zurückzugsorten! Das ist jetzt hier meine Suite! Suite? Die Suite Suite! Wow! Kaiser! Ich find's halt schon komisch, dass Kaiser gleichzeitig meine Mama und mein Papa ist! Das ist schon ein bisschen… Oh mein! Warte mal! I'm Suite! Ja! Einen Moment! Hört bitte dem Detective zu, er hat gerade ein Springverbot erteilt! Was machst du da? Flashy hat sich nicht dran gehalten! Hast du Flashy getötet? Flashy ist tot! Flashy wurde getötet! Ich halte mich nicht an Regeln! Flusi! Ich kenne Flusi! Er hat Flusi getötet! Flasimir Flasinski! Flasimir! Auch sympathisch! Aber ich glaub, der macht eher bei Escape from Tarkov mit! Flasimir! Nee, da passt CSGO schon ganz gut! Flasimir Scaf! Mal da! Ja, Mel, nicht springen! Oh warte, ich bring Daro ein Geschenk! Daro! Das ist verstörend! Kaiser, ich möchte noch mal erinnern, du bist Detective! Daro ist bei mir! Du machst das zu klasse! Ja, ich bin bei Himmel! Wo seid ihr denn? Jetzt nicht mehr! Erste Etage! Hier Daro, geschenkt für dich! Oh, geil! Hier darfst du sogar ins rote Loch! Ich finde Daro ist ein bisschen zu sehr angesext, lieber Detective! Das finde ich gruselig! Ja, das hat er doch vorgerufen! Bitte? Angesext? Also ich glaube, dass die ganzen... Ich glaub, das liegt heute an... Nee! Das ist einfach Flasibard! Hina ist gestorben! Nein! Ich hab nur noch 30 HP, ist ein Charot of the road! Wieso sagt Akmala, dass Hina gestorben ist? Oben! Charot! Scheiße! Sag ich doch! Flisches Leiche hat mich beschützt, geil! Oh Gott! Mel! Mel! Wenn du dahin gehst, stürbst du! Hallo? Ja? Kannst du mit der Diegel einmal kurz Bogen machen? Ja, ich weiß! Kaiser, kannst du... Kannst du mich heilen? Nee, dafür sind die Punkte mir zu wertvoll! Ich hasse dich so sehr! Wow! Aber die braucht doch nur einen Punkt! Das ist wieder auf 100 Prozent! Schlechter Mensch! Du wirst niemals meine Mama und niemals mein Papa sein! Oh, Flashy! Vorsicht! Das ist nicht dein Ernst! Moment, da wo Flashy liegt in der Nähe ist ne Turret! Vorsicht! Schmeiß Flashy bei da rein! Ja, das ist zu spät! Mel! Daro! Kann ich die Turret kaputt schießen? Habe ich auch versucht, ging nicht! Hina, geh da doch nicht rein! Du bist doch am Arsch! Was machst du da? Oh, da wurde gebummelt! Ah nee, warte mal! Da wurde geheilt! Wo ist denn jetzt Hina? Hina? Ja? Das klingt so scheiße! Ich wollte dich heilen, aber du willst nicht! Ja, ich bin oben! Ja, ich steh neben dir, aber ich lauf doch nicht da lang! Bist du verrückt? Oh! Gute Frage! Kleine Anmerkung! Ähm, wenn Kaiser Stiflas Mom ist, wer ist dann der Heimscheißer? Oh Gott! Ne! Und wie? Kann man das Ding kaputt schießen? Äh, ja, aber ich würde es nicht versuchen, man! Oh, oh! Au! Was schießt du mich denn an, Daro? Steuna ist es! Steuna? Ja! Bist du es wirklich? Ja! Bist du es wirklich? Daro ist so ein scheiß grunderdig! Ja, ja, ja! Daro ist super unschuldig! Ja! Ja, ja, ja! Ich habe nichts gemacht! Ah! Das Fläschlech hat mich beschützt! Danke! Ich traue mich nicht auf Streuna mehr zu schießen! Das war... Ich hätte Streuna schon viel eher erschossen, Junge! Seitdem er mich angeschrien hat, traue ich mich nicht mehr! Wenn ich jetzt falsch gelegen hätte, ich glaube, der hätte mir den Kopf abgerissen! Als er vorhin die ganze Zeit mit seiner Digge rumgelaufen ist, 100%! 100%! Der war die ganze Zeit... Der war der... Die Randtraube war er! Die Randtraube! Ey, was... Wow! Bei wem wir schon beides? Manchmal schießt's halt nicht mehr so gut, ne? Lass dir das nicht gefallen, Daro! Mel, lass dir das nicht gefallen! Gegeben! Mal sagen, Mel sieht es doch gut aus! Daro nicht! Alter! Boah! Ey, ich bin super hübsch! Gegeben, Daro, lass dir das nicht gefallen! Daro sieht super gut aus! Jetzt reicht! Ich hab die Schnauze voll! Schon wieder! Ja, das passiert oft, das ist leider so! Boah, Curry, kann ich einfach bei dir bleiben, damit ich nicht komplett verkaufen werde? Ich verkauf dich, obwohl ich Detective bin! Du verkauf mich doch selber! Kann ich die Schnauze voll! Nee, nee, ist gut, mir geht's super! Mir geht's super! Echt? Mir geht's klasse! Solange ich noch lebe, geht's mir gut! Doch, jetzt wird gestorben! Streuner steht bei mir! Und Hina auch! Und Hina! Wer ist denn hier noch gar nicht? Curry kann's auch nicht sein! Die Storben aus der Richtung! Da, wo jetzt gerade Mel herkam! Da ist jemand gestorben in der Richtung! Aber da ist, da ist keiner tot! Bleibt mal hier! Na! Doch, hier sind das einer! Aber wo? Aha, ja okay, geht mal da hin! Da kam Mel genau her! Ich war ja hier draußen! Zeig mal, ist das Daro oder was? Daro oder wer ist das? Das ist doch Rache! Also, wenn das Daro ist, ist das Rache! Hä? Jetzt! Aber hier war ich ja gar nicht! Ich war ja... Akmala war eigentlich... Also, Akmala war da hinten oben aufm... Im Casino da oben! Akmala? Bist du heute? Ich war im Riesenbild! Also, Akmala kommt eigentlich auch nicht in Frage! Ich verfolge Akmala die ganze Zeit! Aber wo ist Fleschi gewesen? Fleschi war auch nicht bei uns! Fleschi? Fleschi? Nein, nein, nein! Fleschi, du warst grad... Nee! Gerade, wo ich Akmala gesehen hab, war Fleschi noch nicht da! Hä? Tüli, ich war die ganze Zeit mit Akmala! Nein, 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 nein! Hör auf! Tüli! Fleschi, nein! Du weißt doch... Guck mal, Fleschi, du weißt doch gar nicht, von welchem Zeitpunkt ich rede, oder? Du warst hundertprozentig nicht bei Akmala, als ich Akmala gesehen habe! Tausendprozentig warst du nicht bei Akmala! Welcher Zeitpunkt ist es denn? Komm! Ja, ist scheißegal! Aber du warst nicht die ganze Zeit ununterbrochen bei Akmala! Nein, nicht die ganze Zeit! Das heißt, du hast sie irgendwann gesehen! Das ist einfach verdient, Dete! Einfach verdient, Alter, komm! Komm hier! Mach's gut! Ey! Junge, es ist verdient, weil ich gesagt habe, dass er nicht die ganze Zeit bei Akmala war, Junge! Es ist... Also die Leute, man... Einfach immer trolle, Junge! Immer trolle, trolle, trolle! Warte Mal, Akmala oder Stroyner? Aber Stroyner hätte mich so easy töten können! Äh, ich wollte Gott sagen! Ja, ich... Ich hab nichts gemacht! Ja! Weil Kaiser auch... Kaiser, aber du bist einfach der.. Du bist die... Ab jetzt greifen sie wieder darauf zurück, dass ich sie beschützen kann! Ja, ist gut, ich geh in die Ecke, tschüss! Ich hab nicht gesagt, dass du nicht dahinter... äh... Stroyner... Hinter mir warst! Ja? Es ist... Bist du's? nein also ich glaube ich bin mehr oder geben von akmala das ist nicht gefallen so vielleicht warum habe ich das jetzt verdient gehabt ich war super unschuldig und bin ich denn auf dich gegangen ich habe einfach nicht sofort töten lassen es ist halt so dumm sorry aber kaiser hattest du unten da geholt ja ich war mir nicht sicher der platz neben mir so eine mini und ich weiß nicht man aber die minen sind mega stark enttäuscht mit dem zug tötet aber ich habe auf flaschen gehofft aber der hat sich da wieder 180 grad umgedreht und mich getötet ich hab vorher den plan gehabt wenn man zu nah dran steht glaub ich oder deswegen also warum bin ich nicht gestorben mit dem zug weil das war dann stand in sein gesicht blasi klar sie hat mir bei der 1.80 noscope gegeben weil er direkt im gesicht das kennst du bist du noch gewohnt trotzdem ist es gewesen dass du bei akmala wo ich akmala gesehen habe du nicht dabei warst ich hab dich nicht angegriffen ich habe einfach nur gesagt du sagst ich sag welcher zeit du sagst du hast ja egal ja das ist ja auch für mich in dem moment egal das war ich bin flasi ich hüpfe ich bin flasi ich hüpfe mein herz ist auseinandergegessen ich hab keine diegel ja wer wurde was wurde erschossen gerade geschossen oder auch keiner wurde schon warte mal werden alle hallo ja 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 ich bin der hüpfe flasi ja keiner trifft wer bis immer diese leute die reinkommen werden für ich bin und warum die ins abgift bekommen weiß ich kann da am wenigsten für es tut mir leid das sind die leute die einfach abgift verschenken irgendwann ist es so dass twitch einfach an random irgendwelche leute abgift raushaut es tut mir wirklich leid ich will mich nicht aufzwingen einer sorry mann ist nicht meine absicht also ich kann dafür gar nichts tun mir leid lassen doch lass dir das nicht gefallen geschossen jahina was soll das warum hast du einfach mich erschossen ich werde jetzt freuen dass mensch sein mensch 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 warte mal das macht kein sinn curry möchtest du ein kuss auf bauchi nein brauche ich nicht alles gut also ein entschuldigung Ich mach ein Entschuldigung. Ey, ich hab mich ja gar nicht aufgeregt wie deinem Zug. Mel ist es. Mel ist es. Ja, Mel ist es. Habs. Wie Habs? Weil sie gerade vor mir jemanden gekillt hat. Ja, aber dann bestätigt sie jedoch. Sie wurde ja nicht bestätigt. Ja, hab ich doch. Jetzt hab ich sie bestätigt. Frösche, am Klavier. Wo, wo, wo Frösche, wo? Am Klavier. Du musst einfach nur die Leiche angucken, dann wird's bestätigt. Nee, geht nicht bei mir. Du hast gerade, warum hast du bestätigt? Was willst du von dir? Ah, ich hab doch Mel gerade angeguckt. Mal hat Frösche geschmissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kam mir, glaub ich, kurz ein Keks wieder raus. Warte mal, Kaiser, stopp. Wir müssen das klären. Warum hast du Fockmann einschossen? Sag mal kurz. Weil sie hier standen und hier ist der Frosch. Also die Schildkröte. Nein, aber warte mal. Hina, hattest du nicht was gesagt wegen Mel? Wegen Schildkröten? Mel hat irgendwas auf Daro geworfen und Daro ist direkt umgefallen. Oh, warte mal. Liegt da irgendwas? Liegt da irgendwas? Liegt da irgendwas? Nein, 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 Kaiser. Manchmal muss man auch mal, ne? Man trifft manchmal falsche Entscheidungen. Das ist okay. Ja, aber sie hat nur... Sie hat nur... Sie hat nur... Überall, wo ihr nicht seid. Ich hab keine Ahnung. Ja, guck mal, Kaiser. Sie war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann passieren. Das ist nichts Böses, Kaiser. Das gehört dazu. Ja. Das spielt den Traitor in die Karten. Warum bist du... Ich traue nicht. Wir haben hier einmal Daro auf der rechten Seite. Links ist... Mel ist Traitor. Daro ist kein Traitor. Kaiser, kann ich dir vertrauen? Natürlich nicht. Nee, schon eigentlich. Ich mag dich nicht. Außerdem hat Kaiser Akmala erschossen, weil Kaiser Schildkröten gesehen hat und Akmala kam aus der Richtung. Deswegen hat Kaiser Akmala erschossen. Was denn? Und hinten im Casino, im großen Casino-Saal sind noch mehr Schildkröten. Streuner ist beim Klavier. Sind die, glaube ich, bin ich oder sind die tot? Das weiß ich nicht. Das kannst du gerne setzen. Aber Flasi, ist noch ne Diegel. Oh, gib mal. Da. Ich glaube, Flasi hat die Schildkröten aufgelöst. Hier. Flasi, hier. Wieso denn? Weil Kaiser es nicht machen würde. Was denn? Wobei, Kaiser würde auch... Ja, aber der würde doch keine Schildkröten schmeißen, sondern Akmala einfach wegfallern. Es sei denn, er wollte sie werfen und dann wollte er sagen, ja, ich hab Akmala gesehen, deswegen hab ich Akmala weggeschossen. Ja, ja. Ey, das überrascht dich jetzt auf einmal. Das ist aber komisch. Nee, es sind noch mehr. Ich hab vorhin nur zwei gesehen. Ich hab vorhin gecallt, dass sie hier sind. Oh, Jugo, die ist weggeflogen, Alter. Aus dem Leben. Aber ich hasse Kaiser und... Ich hasse Kaiser und... Ich hasse Kaiser und Flaschi. Flaschi, da. Flaschi. Mhm. Mhm. Dina hat sofort mail weggefallen. Jetzt kommst du denn jetzt aus der Ecke hier und hasst mich... Ich mag Flaschi. Streuner, bitte hab's im Blick, Alter. Du musst aufpassen. Flaschi, ich bin dein Mensch. Wenn du jemanden tötest... Ja, Kaiser, ich bin dein Mensch. Aber guck mich so böse an. Einer von den Menschen, die ihr euch gegenseitig seid, ist Traitor. Flaschi ist Traitor oder Kaiser ist Traitor. Ich bin einfach Traitor, wenn du Traitor bist. Okay, ich bin auch Traitor, wenn du... Falls du mich Tönes schmeißt, ich bin diese Mülltonne, die ist gut gebettet. Streuner, sind sie noch am Leben? Streuner, leben sie noch? Ja, ich bin da. Wir lassen sie einfach gegenseitig töten und dann beweisen wir, dass wir Menschen sind und keine Monster. Komm, wir klettern da rein. Geht das? Keine Monster. Find ich einen guten Plan. Irgendeiner von denen wird sich da hinterfleischen. Oder Hina hat halt wirklich den Kill von Traitor. Glaube ich aber nicht. Warte mal. Lass mich da rein. Du bist Traitor. Ich weiß das. Oh du. Nell war ganz panisch. Junge. Als ich sie erschossen hab. Steuner, wo sind sie? Ich möchte nicht, dass sie alleine sind. Ich bin... Ich bin immer noch auf dem großen... Oh Junge, häng ich hier irgendwie drin? Ja, wir hängen hier. Ich glaube, die Traitor haben sich gerade echt keinen... Da, Hina hat geguckt. Hast du gesehen? Wo hat Hina geguckt? Ah, die Lunz. Ich würd ja am liebsten selber erschießen. Ich auch, mach ruhig. Ich sag nix. Ich sag nix. Aber dann bist du tot. Und... Ja, aber... Au! Hä? Sag was passiert ist, Flashy! Mann, Kina. Ich hab noch die Gulden gekauft, ja? Eine Scheißpistole, Mann. Die Gurken? Die Gulden. Ach so, die Gulden-Diegel, Junge. Sagt ja mal rein. WasSagtig! Woo! Vielen Dank.